Das fehlt uns einfach hier in der Schweiz. So einen grossen Platz. Ja, und wenn wir einen hätten, gäbe es nur wieder Einsprachen wegen dem VCS. Ja, kannst du mir sagen, was willst du, aber die Gabi Petri, die wäre ja schon längstens auf Sibirien verfrachtet. Kulag, du! Strossen hatten eben seit jeher immer nur einen, der es gesagt hat. Darum haben sie es im Griff. Ja, und wenn hier auf dem Platz nur ein Demonstrant auch macht, dann kann einen Putin von seinem Schlafzimmer aus krampfen schiessen. Ja, dort ist aber der Preschef gestanden und hat beim Defilet der Argete gewonnen. Ja, oder der, der Stalin unter den Boden gebracht hat, Ja, der Rostov und der Molotov und die anderen, boah, es sind alles Alkoholiker, gell? Du, aber der Wodka, den es da verkauft, den bekommst du also bei uns im Tender günstig. Ja, 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 ja.